Herzlich Willkommen zurück zu Looter Kings mit FabNLP und dem Artemis der heute auch wieder mal dabei ist. Wir spielen wieder mal Looter Kings und wir haben richtig Lust. Keine Ahnung mehr. Beende das Level ohne zu sterben um diese Karte freizuschalten. Aha. Minus 10% cooldown. Wir haben keine Ahnung mehr. Aber ja, sieht schon mal gut aus. Es gab grössere Updates. Wir haben heute auch zwei Mitspieler dabei. Keine Ahnung was die so gewollt sind. Das ist der Lubons, das ist der Host heute und Dest. Und der Yannick spielt natürlich schon mal wieder nicht mit. Ja der Yannick, der musste gerade noch einige Einstellungen vornehmen. Alter Dest looter hier alles weg. Sind die Pilze giftig jetzt? Ich weiss gar nicht mehr. Ja, iss mal einen. Ich weiss es nicht mehr. Jaja, dann wartet nur. Jetzt geht, ha? Gut. Ja, bei mir gibt es nichts zu holen. Ich habe einen Loot. Kann es die anderen abscheissen? Nein, ich behalte die Pilze. Ja, wie ihr mal so gesehen habt, es gibt da einen Chat. Keine Ahnung wie man... Ähm, Fabian, ne? Merkt ihr? Wir können auch aufeinander sitzen. Ja, mit E. Ja, mit E. Mit E. Uh. So, ja. Der erste, der in Yannick fällt, bin ich. So. Ne, wir dachten wir könnten sie aber auch wieder spielen. Hier. Ja, tschüss. Wir enden das Level ohne zu sterben. Well done. Also, ich möchte hier lang gehen. Jetzt kommen alle hier hin. Ja, wir müssen hier hin. Ah, weil da gibts nichts. Ja. Alle haben jetzt gerade gestorben hier. Äh, ich auch. Wobei, ich weiss nicht, ob das als sterben gilt. Stimmt, hast recht. Ah ne, der hat hier was gelootet. Aha. Unter der Brücke gibt es jetzt was zu holen, anscheinend. Das ist meine Attacke. Q war die Götterfähigkeit, glaube ich. So, komm. Lass sie weg. Hallo. Oh. So. Den habe ich gerade in Lava geschmissen. Tschüss. Also, er ist selbst abgesprungen. Ah, da ist hier eine. Ey Fabian, kommst du zu mir? Ja, was? Kann ich da. Hast du die Götterfähigkeit? Jetzt habe ich sie schon eingesehen. Ich habe den Ding, den... Ja komm, aber wir haben den Ding. Den Berg. So, ich habe einen Kills übrigens. Da unten gibt es jetzt immer nur was passiert. Ah, weisst du warum haben sie das gemacht? Mhm. Weil äh, damit die Leute schneller in den Zwischentunnel gehen. Und nicht irgendwo im Level rumhamseln. Meinst du? Ja, sicher. Damit die... Damit es mehr Anregungen hat, möglichst schnell da hinzugehen. So. Mal schauen, wie lange es geht, wie ich sterbe. Denn ich habe eigentlich mehr große Ahnung. Ich kann's auch Pilze essen. Hat's da noch? Hast du gesehen? Die gehen immer durch, weil da immer Loot gibt. Ja, die haben mich gekillt. Du bist da hinten wieder mal. Oh. Äh, du hast die Heilung, oder? Ne. Ich... Ich was auch. Ich auch. So. Den habe ich... Habe ich ihn erwischt. Das heisst ja auch aus wie... So, wir lassen mal die anderen machen. Komm, geh mal raus. Geh mal raus. Ich habe nichts. Geh mal raus. Geh mal raus. Ein bisschen Leben habe ich bekommen. Jetzt... Pilze. So. Immerhin. Es sind die... Es sind gute Spieler hier. Also, wir haben nichts schlechtes erwischt. Ich hoffe, sie haben danach mal Geduld. Ich brauche unbedingt einen Pilz. Ich brauche ja einen Pilz, Pilz. So. Ich brauche ja einen Pilz, Pilz. So. Am Rand hat's. Ja, ja. Habe einen. Aber die geben jetzt weniger. Oh, ist sowas... Leise... Leise... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Aber... Ich habe die aber gut mitgenommen. Ich habe zwei Pilze gefressen. Ich habe fast nichts bekommen dafür. So. Also, die Attacke, die gefällt mir nach wie vor geult. Aber die anderen sind gut. Also, das sind... ESL-Spieler habe ich so das Gefühl. Mindestens ESL. Also, was ESL? Das ist ja eine Beleidigung. Ja, schau mal uns an. Wir werden beide fast immer tot. Oh. Fallschaden gibt es glaube ich nicht, oder? Nee. Zum Glück. Wie einfach wieder die Truhe lautet da. Ja, was? Oh! Ah, nee. Hoch, hoch. Ein Bogen wäre nice. Ich ziehe mich mal zurück. So, kill, kill. So, gehen wir hier hoch. Was meint ihr? Da drüben gibt es was zu holen. Oh, ja. Die Pilze. So. Hm, die waren gut. Und die haben natürlich schon wieder Laute geholt da. Ah, nee. Das Lava. Fall runter. Ja, 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 ja. Oh Gott. Komm mal hoch, Alter. Und äh. Ja, das mit dem. Jumping around. So. Nee, wir sind natürlich keine Elite Zocker hier. Wir ähm. Aber ist ja nicht das zweite das Leben? Oh shit. Ja. Aber die Pilze. Die geben mir fast kein Leben mehr. Und die haben da was geändert. Ah, hier gibt's Pilze. Immerhin. Ja. Ja. Also ich habe jetzt fast gar kein Leben dazu bekommen. Ja, ich habe... Mein Leben war nicht mal voll. Ich habe vier Pilze gegessen. Ja, ich auch nicht. Und es ist nicht mal voll geworden. Also es ist harter geworden, glaube ich wieder. Und ich habe dann aber ganz ehrlich gesagt. Und ich habe ja der Pilze nicht die Zielgruppen. Oh, jetzt schockiert mal. Der ich hab' mir gehört. Und das ist ja immer alles. Ich hab' mir gedacht. Ja. Weiß und dazu sammelt er noch Pilze. Oh, schick. Ah. Das ist schon das Ende des Levels. Ah, hier ist ein Pilz. Ich brauche einen Pilz. So. Aber zum Essen. Also, es gibt jetzt deutlich weniger Pilze zum Werfen. Es gibt mehr Pilze zum Essen, weil die viel weniger geben. Nicht in den Staub gefallen! Alle haben die Karte bekommen. Das heisst, alle haben noch nie gespielt, oder wie? Nee, die Karten gibt es random. Ah, random. Aber es gibt ja gar nicht so viele Karten, oder? Ich weiß nicht, wie es gibt. Es gibt, glaube ich, nur neun oder so. Ja, gut. Vielleicht hätten sie sie bekommen. So, in zehn Minuten sind wir durchs erste Level durchgegangen. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt gewinnt sie nur noch einer. Ja. Und nicht ich. Hm. Ja, könnte schon sein. Meinst er? Ja. Weil ich so wenige Dumpere habe. Wie die Intelligenz kassieren, ist... Das ist übel, ne? Zwei Deppen streiten sich. Pilz. Haben sie keinen Pilz vergessen hier? Oh, 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 oh. Mein Alter, er hat mir... Er hat mir die Hälfte des Lebens abgezogen. Hat dich einer da hochgeschmissen? Oder hast du dich so... Oh, tschüss. Ah, Mann. Wann kommt er zu mir? Ja, der holt mich schon. Es ist doch keiner... Es ist überhaupt... Er hat nur gelootet und versteckt sich wegen drei... Oh, da ist ein Pilz. Schön. Und man bekommt nicht mal dann volles Leben. Ist ein Pilz, ist ein Pilz. So, ich will das schaffen. Aber schade, habe ich keinen Bogen. Also irgendwie auch nicht. Aber mit dem Bogen ist es halt schon... Auch in diesem Level ein bisschen einfacher, oder? Jetzt habe ich wieder volles Leben. Erst jetzt. Oh, da geht's zum Shop. Also schau, dass du was Schönes hast. Ist das auch ein Pilz? Nee. Oh, wer ist gestorben? Lupons! Der Profi-Spieler! Die ESL stirbt weg! Was? Was? Also jetzt sind es schon... Jetzt sind schon einige hier. So, jetzt komme ich noch mit meiner Spezial-Attacke. So, ciao. Ehh... Hä? Also wie die... Teilweise... Ja, siehe nochmal. Jetzt ist es schon fast die ESL geworden. So. Hast du einen Pilz, Yannick? Nein. Schau mal. Dest hat volles Leben, oder? Alle anderen... Alle anderen sind beinahe tot. So, jetzt weiss ich endlich welcher Tast der das ist. Alter, so... Ähh... Der Dest, der war grad... Der kam grad selbst dran. Immerhin. So schnell zum shoppen da hin. So, bin ich drin. Ich habe 39. Wie viel hast du, Yannick? Ich habe... 85. So... So ein Spaten. Irgendwie hätte ich Lust auf einen Bogen. Ja, ich... Ich... Ich habe jetzt auch mein... Mein wunderbares Gewehr. Oder? Ja, mein wunderbares Gewehr. Ich habe vergessen, wo der Bogen... War das der Bogen hier? Oder war es wohl der? Ja... Gut, ich könnte auch den Löffel nehmen. Und den Löffel dann direkt wieder abgeben. Ja, genau. Ne, komm ich nehme den Bogen. Sammelt noch 29. Das reicht noch für den Helm. So. Ähm, Fabian. Äh, drück mal Q. Äh, warte, warte, ich will doch nicht drauf sitzen. Vielleicht gleich, dass du Regeneration... Ne... Dann sind wir unsichtbar. Gut. Ne, also ich habe dasselbe. Ah, du hast dasselbe. Ja. Warte, er wirft! Ah... Wie will er mir die letzten 14 noch rauben? Ah, sowohl nicht mehr. Immerhin sind sie nicht solche, die gerade einen Schiss bekommen. Wenn sie abgeworfen werden. Das gefährden schon. Ah, ist das... Also ist das ein neues Monster hier? Oh. Oh. Pfff. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich ja jetzt einen Bogen habe. So, Profi. Profi. Boah, die ist stark. Shot? Die ist echt stark. So, jetzt bin ich ja Bogen. Schön, dass du gerade hier stehst. Aber jetzt wollte ich mich unsichtbar machen. Hat super Glück gehabt. Fabian, kannst du... äh, kannst du dich... Ach, ich muss mich spritzen. Ah, jetzt bin ich tot. Renn weg. Oh. Alter, die schlag dich richtig nieder. So, ich gehe zu Destin. Lubons. Ja, zeigen wir uns auch. Seien wir uns auch. Lubons ist auch beinahe tot. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Der Lubons holt mich. Zum Glück gibt es keinen Voice-Jet hier. Ah, und das sind alles. Sie haben es erledigt. Gut. Die zwei Dubs müssen sie wiederholen. Gut, zum Glück habe ich mehr Leben als vorhin. Jaaa, knapp mehr. Aber die Hexe ist stark. Jaaa. Ey, was war jetzt das? Das war ich. Deine Sonderaktion. Mein Rechtsglück. Hey. Wo ist jetzt der andere Idee? Aus dem Pilz oder? Ah, ist im Shop. Ich habe null Loot, alter. Null. Fast tief, ja. Ja, das ist der Rumpel, ne? Ja, 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 ja. Hat er selbst programmiert. Oh, ja, super. Beste Aktion. Gleich mal ein giftiger Pilz gegessen. So. Die sind alle da hinten. Ich kann keinen treffen. Achtung, Achtung. Die ist sau schnell. Die hat auch ein komisches Geräusch. Das Geräusch, ganz ehrlich so. Uauauauauau. Die kriegen zu einer Ome. Die Musik unterhaltet gut, muss ich ehrlich sagen. Die haben schon wieder Loot bekommen und ich habe wieder nichts. Nee, da müssen wir durch. Ja, aber könnte sein, dass die jetzt schon wieder in den Shop gehen. Ja, gut. Ich habe jetzt auch nur vier Lied bekommen. Nee, die nicht zum Shop. Man weiß nicht, bei denen. Oh, dieses Level, das man... Ich mich erinnert. Ich habe ja auch schon ein Problem. Ich habe ja auch schon ein Problem. Ja, leider macht der Bogen einfach nicht viel Schaden. Das ist... Das andere Problem... Ja, gut. Der bringt... Also, wenn ich mich auch sagen kann, das ist der nicht log. Ja, gut. Der hat nur 10 gekostet. Ich bin auch gerade tot. Ja, ich bin in dir drin. Muss man die zwei Dubs wieder retten hier. Oh, Alter. Alter, die Hex. Hast du gesehen, wie die auszahlen? Das ist richtig böse. Oh, jetzt hat sie nach erwischt. Ist das ein Depp? Depp, 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 Depp. Ja, das ist nicht. Oh, oh, oh. Er jumpt herum wie... Ging zum Bilder. Äh, ich bleib stehen. Geh du auf die anderen Zeiten. Es ist aus durch. Nein. Game over. Over and out. Überhin eine Karte. Das war schon ein Erfolg. Gegner getötet. Testen 48, 40, 11, 8. Wer ist denn? Wer ist denn Statistik? Torsten Schmiedl. Gestorben, 1, 2, 3, 4. Du bist am meisten. Ja. Schaden ausgeteilt. 3,500. 19,000, Alter. Alter. Schaden erhalten. Schaden erhalten. Der andere wiederbelebt. Einmal. Du bist 0. Hot in, hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Pilze gegessen. 21 Pilze. Der andere 0. Er hat am längsten überlebt. Weisst du. Pilze getroffen. Einen. Einen. Der andere 3. Aber Luke aufgesammelt. 5, ja. Du hast gesehen. Ich habe auch nichts aufgesammelt. Aber gestohlen. 5, ja. Du hast ausgegeben, was nur Schlechtes sind. Ja, ich hatte ja auch nichts zum Ausgeben. Offizieller Bug finden. Loot verschenkt. Der andere hat 5 verschenkt, aha. Unbezahlte Statisten. Aha. Es geht jetzt. Es geht magier. Ähm. Du könntest unten auf das X drücken. Dann würden wir weitergehen. Aha. Die anderen sagen sich, ach das sind 2 Noobs. Aber. Das war die heutige Folge. 20 Minuten. Und in der nächsten Folge gehen wir dann weiter. Mal schauen, ob es passiert. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.